Was geht Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei How2Bitcoin. Und zwar soll es in diesem Video um die Frage gehen, wie bekomme ich mehr als 50% mehr Hescher bei Ethereum Mining, also bleibt dran. Und zwar geht es hier im Konkreten um ein Programm, welches erst 10 Tage alt ist, das nennt sich hier dieses Ethereum Largement Pill. Und ja, um euch erstmal vorne wegzunehmen, es gilt leider nur für Grafikkarten, die GDDR 5X Speicher haben, das heißt also namentlich vor allem die NVIDIA GTX 1080 bzw. die 1080 Ti. Und ja, was ihr eigentlich tun müsst, ist einfach nur dieses Programm hier runterladen, was ich dann auch mal gemacht habe und müsst es dann einfach nur starten, ganz normal. Und wenn ihr das dann im Hintergrund laufen lasst, bei eurem Mining-Prozess müsste es 50% mehr geben. Ja, und ich möchte euch einfach mal zeigen, inwieweit das dann trotzdem noch profitabel ist oder nicht. Und habe dann mal hier ein paar Annahmen getroffen. Zum einen natürlich erstmal die 1080 von NVIDIA, die hier normalerweise dann 23,3 MHz hat. Natürlich in optimierten Bedingungen dann mit diesem Gerät, welches übrigens den Memory Clock ein bisschen optimieren soll, bzw. dieser Zugriff auf den Memory Speicher sollte optimiert werden. Wird dann so ungefähr 35 MHz ausspucken. Wenn wir uns die 1080 Ti, das Monster quasi unter den NVIDIA Grafiken Karten anschauen würden, wären wir dann schon statt bei 35 bei 52,5 im Durchschnitt. Muss natürlich hier auch immer berechnen, dass hier der Kerntakt um 150 erhöht würde und der Memory Takt um 500 bei einer maximalen Auslastung hier von 65%. Das heißt also, ihr könnt sowohl ein bisschen niedriger gehen, aber natürlich auch nochmal ein Stück höher. Das sind also nicht abschließende Daten, je nachdem, was ihr für persönliche Präferenzen habt. Und wenn wir uns das mal eingeben hier, wären wir hier dann auch schon bei Ethereum beim profitabelsten Coin. Das zeige ich euch dann auch nochmal hier. Und zwar könnt ihr hier sehen, dass wir, wenn wir das mal so eingeben, hätten wir einen deutschen Haushalt mit 0,3 Dollar Cent pro Kilowattstunde und 52,5 Hashrate, also Megahash pro Sekunde bei einem Stromverbrauch von 140 und einer Pool-Fee, also den Gebühren für den Pool von 1%. Und auch mal auf Kalkulieren drücken, hätten wir jetzt 2,23 pro Tag an Einnahmen nach Abzug des Stromes, beziehungsweise 815 im Jahr. Wenn wir in Deutschland an Industriestrom kommen, das heißt also, ungefähr 15 Euro Cent beziehungsweise 20 Dollar Cent pro Kilowattstunde bezahlen würden, wird das natürlich noch besser aussehen. Hier werden wir dann am Tag bei 2,57 sein und hier bei 9,38. Und wenn wir zum Beispiel das Angebot wahrnehmen würden, da habe ich auch letztens ein Video drüber gemacht, so würde ich dann auch hier nochmal sehen, bei Pro Miners, der österreichischen Firma, wenn wir da ja den günstigen Strom von nur 10 Euro Cent pro Kilowattstunde bekommen würden, dann wären wir natürlich noch besser dabei und da hätten wir schon tausende Dollar im Jahr, natürlich unter der Berücksichtigung zum jetzigen Zeitpunkt bei der jetzigen Schwierigkeit. Und da würde sich natürlich dann die Grafikkarte schon alleine abzahlen. So, und ja, mich würde einfach mal interessieren, für die, die eine GTX 1080 oder 1080 Ti haben, wenn ihr das mal installiert habt, ob das bei euch auch so gut klappt, ob sich die Hashrate auch bei euch erhöht hat. Ich kann es leider nicht nachvollziehen, da ich keine GTX 1080 oder 1080 Ti habe. Ich werde euch mal auch alles natürlich wie immer in der Beschreibung unten verlinken, zu den Grafikkarten und natürlich auch zu dem Programm. Ansonsten für die, die neu eingestiegen sind, hier, ich habe auch einen Mining Rig Guide, wie man von Grund auf ohne große Vorkenntnisse hier ein Mining Rig bei sich in Deutschland aufbauen kann und betreiben kann. Einfach mal drauf gehen, auch das natürlich dann unten in der Beschreibung gegeben. Ansonsten soll es das gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Mehrwert gegeben. Gebt mir ein Like, wenn es euch einen Mehrwert gebracht hat. Überlegt mich zu abonnieren und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.